Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 5. Dezember, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Provision. Allianz erhöht Gesamtverzinsung. Die Allianz Lebensversicherung hebt die Gesamtverzinsung um 0,3 Prozentpunkte an. Die neue Marke für das Jahr 2024 heißt 3,8 Prozent. Für das Vorsorgekonzept Perspektive bietet die Allianz eine Gesamtverzinsung von 3,8 Prozent. Bei der klassischen Lebens- und Rentenversicherung steigt sie auf 3,5 Prozent. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung erhöht sich bei Perspektive von 2,6 auf nunmehr 2,8 Prozent. Für Klassik steigt sie von 2,5 auf 2,7 Prozent. Führungswechsel bei Swiss Life Im Frühjahr 2024 kommt es bei Swiss Life zu einem Führungswechsel. Patrick Frost, der 2006 als Group CIO in die Konzernleitung von Swiss Life eintrat und zum 1. Juli 2014 zum Group CEO ernannt wurde, wird auf seinen eigenen Wunsch hin zurücktreten. Er wird die Leitung des Konzerns an Matthias Ellig übergeben. Zudem tritt Jörg Arnold Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch als CEO von Swiss Life Deutschland zurück und übernimmt den Aufsichtsratvorsitz der Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Sein Nachfolger wird zum 1. Juli 2024 Dirk von der Krone. Blau Direkt schluckt weiteren Marktervertrieb. Die Rosskopf GmbH und Koga G im bayerischen Donauwirt wird Teil der Blau Direkt Gruppe. Der Standort soll erhalten bleiben, auch wurden alle Mitarbeiter übernommen. Policen Direkt verstärkt Team. Die Policen Direkt Markter Gruppe verstärkt sich mit Robert Heidegger. Zuletzt war er als Trainer und Coach für die Firma Akademie tätig und zugleich Hauptansprechpartner für Firma Markter im Bereich der Unternehmensnachfolge. Heidegger soll die Rolle des Manager Akquisitionen übernehmen. Sompo International verstärkt das Versicherungsgeschäft. Sompo International hat die Ernennung von Christian Krupper als Head of Distribution and Client Relationship Management Insurance für Deutschland und Österreich bekannt gegeben. Er hat seinen Sitz in Köln und berichtete an Malte Dittmann, Country Manager Insurance für Deutschland und Österreich. Gruppe kommt von Schapp, wo er ein Jahrzehnt in leitender Funktion tätig war. Zuletzt als Director Broker & Client Management für Deutschland und Österreich. Friedrich Lichtenstein kooperiert mit Passportcard. Der bekannte Entertainer, Sänger und Schauspieler Friedrich Lichtenstein hat sich mit der Auslandskragenversicherung Passportcard Deutschland für eine Printen-Online-Kampagne zusammengetan. Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema Gesundheit bei internationalen Umzügen und Auswanderungen zu erhöhen. Die Kampagne beginnt am 1. Januar mit bezahlten Social Media Aktivitäten und wird 12 Monate dauern. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 5. Dezember, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision.